Celia Okoyino Dambabi, 25 Jahre, Stürmerin. Die Mutter Französin, der Vater aus Kamerun, sie selbst froh Natur und Torgarantin der deutschen Mannschaft. Nach dem EM-Titel 2009 und der WM-Teilnahme 2011 ist es für Okoyino Dambabi das dritte große Turnier. Der Loppenschopf mit dem goldenen Torriecher gilt als Top-Verdienerin im deutschen Frauenfußball. Und auch wenn sie von Natur aus immer auf Hochtouren läuft, zum Einstimmen aufs Spiel darf es bei ihr gerne ein wenig lauter werden. Also ich höre immer Musik vorm Spiel, definitiv, auf jeden Fall. Es ist dann auch keine bestimmte Musik, sondern einfach nur, es muss passen. Vom Gefühl her, ich muss reinhören und wissen, okay, das ist es. Und da gibt es keine bestimmten Titel, die immer dabei sind, sondern das kann sich dann mit der Zeit immer mal ändern. Aber so im Laufe eines Turniers ist es dann doch schon immer fast die gleiche Playlist. Die Studentin der Kulturwissenschaften ist längst nicht mehr aus der Nationalmannschaft wegzudenken. Sie ist eine der Führungsspielerinnen des jungen deutschen Teams. Und genau das will sie in Schweden auch unter Beweis stellen. Nicht zuletzt mit ihren Toren.